Oh. Eins sage ich ganz deutlich. Screwball ist eine Plage für diese Stadt. Nur knapp übertroffen von Spider-Man. Bekommt heutzutage jeder einen eigenen Kanal. Diese bunthaarige Irre darf sich online alles erlauben. Und wenn sie nicht aufgehalten wird, wird die Gesellschaft zusammenbrechen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was zu tun ist, liebe Hörer. Und ich würde niemals etwas auch nur ansatzweise Illegales vorschlagen. Aber wenn Screwballs-Kanal irgendwie abgeschaltet würde und sie nie wieder senden könnte, wäre das ein guter Weg, die Stadt zu schützen. Besser als alles, was Spider-Man je für uns getan hat. Ja, nennt sich Content-Creator, lieber Jonah. Ja, und jeder kann einen Kanal haben. Nur Screwball ist wirklich komisch. Das stimmt. So. Hallo. Hey. Begleite den Polizeikonvoi. Dann machen wir das mal. Vor allem, wir folgen sehr unauffällig, muss ich sagen. Ähm. Ja. Hm-hm. Na ja. Haua. Wartet, bis die in Warnung kommt. Hammerheads-Männer dürfen die Sable-Waffen und die Technologie nicht in die Finger bekommen. Ich finde es toll, die fliegen von selber runter. Ach so. Ja gut, dann komm her. Tschüss. Einen nach dem anderen. Kinder leicht und Kinder... Okay, dem hab ich nicht das Rückgrat gebrochen. Bewege! Hm-hm. Warum wollen so Typen wie Hammerhead immer nur kämpfen? Liegt wahrscheinlich daran, dass er als Baby keinen Stuller hatte. Möglich? So. Schau mal, da kriegen wir alles hin. Ich seh das alles relativ entspannt. Oh. Ist jetzt nicht gerade so, dass die Mäge unauffällig sind. Indem ich gut bin. Und ich bräch dich. Haha. Und jetzt reicht es. Bleib bei Graber. So heißen die von jetzt an. Oh no. 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 Was ist das? Das war reines Glück, dass der mich gerade nicht getroffen hat. So, ciao. Gut. Anscheinend ist Hammerhead gegen die Polizei in den Krieg gezogen. Und Juri arbeitet sich mit Fingermund. Ich weiß, dass sie sich um ihre Männer sorgt, aber sie muss die ganze Verantwortung nicht alleine tragen. Sagt der König von zu viel Verantwortung. Ja. Aber es ist schön, dass er wenigstens so ein bisschen Selbstreflexion kann. Mann, habt ihr diese Dinger nicht? Das hier bleibt ewig eine Baustelle. Der Verkehr wird ein Albtraum. Ich finde das übrigens cool, wenn du ausweichst. Ähm. Und es nix bringt. Das finde ich gut. Ja. Mann, habt ihr diese Dinger nicht? Das hier bleibt ewig eine Baustelle. Der Verkehr wird ein Albtraum. Alles klar. Ihr wisst, dass die Cops Funkgeräte haben, ja? Und ein Hinterhalt sich schnell rumspringt. Tja, ich bin mir sicher, dass euch die Sable-Technologie im Knast viel nützen wird. Okay. Gut, machen wir's halt so. Stimmt gar nicht. Bin ich verletzt. Und das ist nicht, das hier verlieren zu bilden. Sind diese Graber nicht allmählich mal alt? Offensichtlich nicht. Mann. Ich schaffe nichts noch alleine. Nein, das gibt's nicht. Da hat er mich erwischt. Mann. Ach, verdammt. Das war blöd. Äh. Ich hätte vorhin anrufen sollen. Noch mal ein Graber auf dem Weg nach oben. Pass doch die Hände und die Hände auf. Sicher die Sable-Ausrüstung. Sind diese Graber nicht allmählich mal alt? Ja, du bist so dran. Ich werde dich erlegen. Die Gebrüten können nicht mehr. Wer hat mich? So, stimmt. Ich hab euch. Und ich hab euch weiterhin. So. So, machen wir's halt so. Einfach alle festkleben. Ciao. Ciao. Hä, die haben sich aufgeteilt. So, komm her. So. So, komm her. Noch eine, Beeilung. Komm, das Schlimme ist, ich konnte vorhin... Ah, jetzt geht's. Tschau. So. Und tschau. Sehr schön, haben wir das. Juri, gutes Timing. Nein, hier! Hammerhead hat dich weggelockt, er hat uns reingelegt. Juri! Komm her, schnell! Nein, nein! Mach die Erfthelfer und die Notaufnahme bereit. Sagt ihnen... Sagt ihnen was... Was kommt? Sagt ihnen wir dringend! Das war alles geplant, um mich von Hammerheads wahrem Ziel wegzulocken. Ich muss zu Juri! Warum hat er das Polizeirevier angegriffen? Ich dachte, die Sable-Technologie ist nicht mehr dort! Juri hört sich okay an. Zumindest körperlich. Ich weiß, sie ist zäh, aber jeder stößt mal an seine Grenzen. Was für ein Vollpfosten! Guten Abend! Storage Girl! Hallo! Schönen guten Abend! Schön, dass du da bist! Schönen guten Abend! Schönen guten Abend! Schönen guten Abend! Oha! Geht. Hm. Project Olympus? Mhm. Oh nein. Tut mir so leid, Juri! Ich hätte hier sein sollen! Er wusste genau, was er wollte! Alles, was mit Project Olympus beschriftet war. Und weißt du, was das ist? Nein, aber er hat es jetzt Und wir kriegen ihn Ich weiß Wo willst du hin? Jemanden das Fürchten lehren Wow, 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 wow Durchatmen Vector oder ich verhafte dich Juri, wir müssen zusammenarbeiten Du musst mir nur aus dem Weg gehen Hm Das wird kein gutes Ende nehmen Meinst du? Well Unfassbar, wie übel ich das verbockt habe Wie Juri geguckt hat Ich muss Hammerhead vor ihr finden Aber wie? Ich habe keine Hinweise Vielleicht Ein Schlüsselwortcheck auf dem Band Vielleicht wird Hammerhead erwähnt Oder die Magia Während ich warte Sollte ich besser nachsehen Was Hammerheads Männer noch im Schilde führen Hm Well Das lief hier nicht so gut Achtung Einheiten Meldungen Überschüsse Nach Fahrzeugkollision Brauchen mehr Officer Bei Carnegie Hall Bitte bestätigen Passt auf Wenn ich euch auf die Nerven gehe Begebt weniger Verbrechen So, kommt mal jetzt weg hier So, komm ich bin sauer So, was? Hey Lazy Frosh Ich dachte du arbeitest noch Macht er bestimmt Der arbeitet bestimmt noch So, Wandläufer So, Juhu Kriegen wir das auch noch irgendwann? So Dann Gehen wir mal bitte wieder ein bisschen auf Hammerhead los Ja, zuschauen kann ich doch trotzdem, oder? Na klar Ein bisschen Ablenkung schadet nie Dumm De dumm De dumm MJ Ich bin bei Hammerheads Lager an der Upper East Side Ich glaub nicht, dass ihr hier Sachen für seinen Online-Shop lagert Viele Typen, die unauffällig herumwandern? Ja, hier ist alles dicht Nicht mehr lange Ich nehm alles, was du findest Halt mich auf dem Laufenden Hört sich gut an Sable Zeug macht mich noch fertig Was ist bei dir? Ich fühl mich bei den Pausen verarscht Ich bräuchte mindestens ne Stunde Aber ich krieg nur 15 Minuten Das kenn ich Die nutzen uns richtig aus Es soll's ja was geben, das einen fit macht Ich glaub, ich probier das mal aus Ist das dein Ernst? Wenn der Boss rausfindet, dass du an sein Zeug gehst, bist du tot Ich riskiere's trotzdem Und mit diesem Zeug Kann einen doch nichts mehr aufhalten Klar Klar bin ich schon echt gespannt Ja Bin ich auch sehr gespannt drauf Äh, zum Beispiel Wenn ich euch beide jetzt Mal gucken, ob das funktioniert Ja, funktioniert Wollte ich ganz weit schon mal ausprobieren Ähm Geht das zufällig auch von der Entfernung Cool, das funktioniert Bin ja begeistert Ähm, so Hier wird gearbeitet Spider-Man Ja Der einzig wahre Das Zeug Das Zeug suchen wir später Tötet erst die Spinnen Und ich dachte Ihr verpackt in diesem Lager Hammerhead selbstgemachte Basteleien Wow Wow So, okay, vier haben wir. Also man muss ja tatsächlich mal ein bisschen gucken, dass man ein bisschen vorankommt mit den... Echt. So, erstmal das hier. Au, 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 ich muss raus. So, komm her. Okay, komm her. So, komm her. Okay. 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 Okay, das erste haben wir. So. So. Oh, Alter, ich hasse die Raketenwerfertypen. Echt. Ihr glaubt, diese Schutzausrüstung passt über eure Anzüge? Peter, passt das gerade? Oh klar, gar kein Problem. Ich hab die Datei aus dem Hammerhead-Laden entschlüsselt. Sag's mir nicht. Hammerheads Babyfotos? Hatte er schon immer diesen komischen Kopf, oder kam das später? Nein, äh... So aussieht, ob Hammerhead Informationen über Kopf sammelt. Über... Kennt man Tanabe? Yuri! Warum sollte Hammerhead sich für sie interessieren? Man kann nicht alles lesen. Watanabes erster großer Erfolg war die Zerschlagung eines Magia-Dealer-Rings. Sie hatte schon immer ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Sie war also immer hinter der Magia her. Aber warum? Ich bin... nicht sicher. Aber irgendwas steckt dahinter. Ich lege jetzt auf. Wir haben noch Arbeit. Ich erweilme dich! Irgendwie kriegt das mit diesen Wandattacken nicht so hin. Wander, du Mette! Ich check das nicht so ganz weg, dass man den Wandattacken machen soll. Das geht immer so zufällig nur bei mir. Das geht immer so zufällig nur bei mir. Ich werde nicht so viel hin. Ach! Ich werde dich überlegen! Hoch! ich muss dann richtig machen er hat mir jetzt nämlich ach so wie ich die gerade oder was boah alter alter schwede stimmte bist du schwach nein habt ihr schon mal über unauffälligere verbrechen nachgedacht Mist ach leck mich echt der ist aber auch beknackt du weichst aus und dann springt er plötzlich 20 Meter nach vorne mit seinem Schlag ach komm und wieder alles von vorne natürlich das regt mich immer auf ich will mich wer zum Teufel will ist da jemand bitte ruhl bei der infiltration ich hab dir nicht eingebunden wenn ich fertig mit dir bin ziehen sie dich von den Welten ich seh Spiderman ich schaue ich brüch dir die Kiefer ich 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 es ist es sagt diese der Whitney niemand sie ت ich Wie viele Hammerhead-Schläger braucht man, um ein internationales Unternehmen zu beklauen? Das finden wir raus! Ich mach dich fertig! Der Kerl legt drauf an! Vorsicht! Wir verlieren Leute! Er ist erledigt! Er ist erledigt! Äh, Mann. Doch! Der Bord ist nicht hier. Wir müssen ihn selbst erledigen. Ihr glaubt, diese Schutzausrüstung passt über eure Anzüge? Na, passt gerade? Oh klar, gar kein Problem. Ich hab die Datei aus dem Hammerhead-Laden entdeckt. Sag's mir nicht. Hammerheads Babyfotos? Hatte er schon immer diesen komischen Kopf, oder kam das später? Nein, äh, so aus, als ob Hammerhead Informationen über Kopf sammelt. Über Captain Watanabe. Yuri! Warum sollte Hammerhead sich für sie interessieren? Man kann nicht alles lesen. Watanabes erster großer Erfolg war die Zerschlagung eines Magia-Dealerings. Sie hatte schon immer ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Sie war also immer hinter der Magia her. Aber warum? Ich bin nicht sicher, aber irgendwas steckt dahinter. Ich lege jetzt auf. Wir haben noch Arbeit. Ich bring dir Respekt bei. So, ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Ich muss mich echt konzentrieren gerade. Das ist echt nicht so einfach. Und ich will das hier abschließen. So, Wandattacken haben wir fast. Ich mach dich fast. Ich mach dich schon fast. Und ich bin dabei. das wollte ich eigentlich gar nicht machen ich schaffe diese ich schaffe diese wand angriffe nur bedingt es Jetzt bin ich fertig mit dir, wenn sie nicht von den Wänden sind. Jetzt bin ich fertig mit dir, wenn sie nicht von den Wänden sind. Ich glaube, ich lasse das mit diesen Dingen, das ist mir echt egal. Also mal ganz im Ernst, das ist mir jetzt zu blöd. Das ist mir zu blöd, die Wänddinge. Ich check das nicht so ganz, wann ich die Wanddinger machen kann, beziehungsweise wie das funktioniert. Das geht manchmal, geht das nämlich und manchmal geht es nicht. Und ich weiß nicht so ganz wann und das ist mir echt irgendwie, weiß ich nicht. Und ich dachte, wir verpackten in diesem Lager Hammerhead selbstgemachte Basteleien. So, come an. Ich mach' den fertig. So, come an. Nein, lieber nicht. Ihr seid mir zu brutal. So, come an. So, come an. Oh, ich muss echt immer warten, bis die Raketen-Dinge ins Hals. Oh, ich weiß nicht. Hammerheads Babyfotos? Hatte er schon immer diesen komischen Kopf, oder kam das später? Nein. Siehst so aus, als ob Hammerhead Informationen über Kopf sammelt. Über Captain Watanabe. Yuri! Warum sollte Hammerhead sich für Sie interessieren? Man kann nicht alles lesen. Watanabes erster großer Erfolg war die Zerschlagung eines Magia-Dealersings. Sie hatte schon immer ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Sie war also immer hinter der Magia her. Aber warum? Ja, mach mal. Ich finde das langsam ein bisschen übertrieben hier. Ja. 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 Also das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben hier, finde ich. Meint der nicht auch? Alter, komm, das ist doch einfach nur übertrieben gerade hier. Also mal ganz ehrlich, das ist doch mega übertrieben einfach. Ach ja. Ach ja. Ja, da klüßt. Ja, übrigens, ich bin ausgewichen. Bloß das Problem ist, ich stand hinten im Eck. Boah. Ich bin übrigens ausgewichen. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen fürs Protokoll. Oh, Mann. Oh, Mann. Das wird schmerzer. Ja, gesessen es. Ja. Ja. Ach ja.